Moin, ich bin's Daniel aus dem KB Gym und wir brauchen deine Hilfe. Das hier ist unsere Halle und ihr seht jetzt ein Teil von dieser Halle und hier vorne ist noch eine ganze Menge Platz. Diesen Platz möchten wir gerne ausstatten. Wir brauchen Plattformen. Wir haben im KB Gym viele Athleten, die Powerlifting, Olympisches Gewicht heben und Strongman trainieren und wir haben auch den ältesten Verein Europas hier für Weightlifting im Studio trainiert. Und unser Problem ist, dass Corona uns ziemlich, ziemlich zugesetzt hat. Viele Sportbereiche leiden sicherlich darunter und viele Unternehmen haben Probleme bekommen. Wir besonders viel, denn Vereine und solche Kleinstudios wie wir haben sowieso nicht immer richtig viel Knete auf der Tasche, aber wir sind ambitioniert. Wir möchten gerne, dass unsere Athleten und die Athleten von dem Gewichtheberverein wieder ordentlich trainieren können und noch viel, viel mehr hier trainieren können. Und deswegen wollen wir etwas investieren und das schaffen wir alleine nicht. Wir brauchen euch dazu. Dieser Bereich vor der Mattenfläche, dieser Bereich hier zwischen den Pfeilern, der soll bestückt werden mit acht bis zehn Plattformen fürs Gewicht heben. Da ist ordentlich Platz. Und wir brauchen natürlich nicht nur diese Plattform, wir brauchen natürlich auch dann die passenden Stangen dazu und die richtigen Gewichte. Und das Ganze kostet Geld. Wir haben unterschiedliche Varianten. Eine Kleinstmöglichkeit kostet um die 5000 Euro. Wir haben auch schon Angebote eingeholt. Die beste Möglichkeit wären um die 15.000 Euro. Wir freuen uns aber über alles. Das heißt, wir sind auch schon zufrieden, wenn wir die kleinste Möglichkeit schaffen können, mit 5000 Euro unseren Athleten etwas mehr Trainingsmöglichkeiten zu zeigen. Und so sieht es jetzt aus. Und so könnte es aussehen. bis zum nächsten Mal. Und dann So könnte es aussehen. Und damit könnte es das neue Mekka in Norddeutschland werden für Gewichtheben und Powerlifting. Und wenn ihr spendet, solltet ihr natürlich nicht leer ausgehen. Ihr bekommt was, das ist ja ganz klar. Wir haben für euch Trainingspläne bereitgestellt. Individuelle Trainingspläne, wir haben Kettlebell-Trainingspläne, wir haben Powerlifting-Trainingspläne. Ihr bekommt, wenn ihr wollt, Personal-Trainings. Die Leute, die sagen, okay, wir haben ordentlich was übrig und wir geben euch was dazu. Wir können nichts richtig wahrnehmen. Ihr bekommt von uns auf jeden Fall eingraviert euren Namen an eine Platte hier an die Wand, wo ganz genau steht, wer uns unterstützt hat. Seid dabei, helft uns. Schaut rein, wir haben viele verschiedene Sachen, die wir bereitgestellt haben für euch. Schaut in den Text rein, was wir für euch haben. Und gemeinsam schaffen wir das dann.